Sehr geehrter Herr Rektor, lieber Andreas, liebes Team des MCI, liebe Studierende, heute freut es mich ganz besonders, dass ich dem MCI, dass ich Ihnen allen gratulieren kann, zum 25-jährigen Jubiläum. Wer hätte das gedacht, dieser großartige Erfolg des MCI, nicht nur für Tirol, sondern auch für ganz Österreich und würde sogar sagen für die gesamte Region. Das MCI ist eine wichtige Institution und Sie arbeiten darin, Sie lernen und studieren. Und mit dem, was Sie dort lernen, das ist wichtig, um den österreichischen Wirtschaftsstandort nach vorne zu bringen. Und das sind nicht nur Zahlen, Daten und Fakten, sondern da geht es um Menschen. Da geht es darum, dass man Fähigkeiten erlernt, erfolgreich in Unternehmen zu arbeiten, Unternehmen zu gründen, Unternehmen zu führen, in den unterschiedlichsten Bereichen erfolgreich zu sein. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen diese Ausbildung und wir brauchen diese Fachkräfte in Österreich. Innovation steht dabei ganz, ganz weit vorne und das MCI steht dafür. Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Professorinnen, mit allen, die hier beitragen und vor allem mit den Studierenden. Ich freue mich, dass hier so viel getan wird, so hart gearbeitet wird und so viel investiert wird. Für die Zukunft Österreichs und letztendlich auch für die Zukunft Europas. Nochmal herzliche Gratulation an Sie alle und viel Erfolg für die nächsten 25 Jahre.